Und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 mit Aresu. Ich bin Aresu und die Gegner kommen. Deswegen will ich jetzt hier gerade in Position gehen. Wir haben eine Viole geschnappt. Und die sind sauer. Okay, Hightower. Und du legst Wendy da gleich mal hin und kämpfst dann wieder brav mit. Ich würde gerne auswählen können, wo ich die Person hinlege. Weil das da ist nicht wirklich der schönste Punkt. Ja, okay, das wäre auch der Punkt, den ich ausgewählt hätte. Okay, Game Time geht hier in die halbe Deckung. Und dann gehen alle auf Feuerschutz. Da dürften wir jetzt noch niemanden erreichen, wenn sie gleich landen. Ach, da waren noch welche, ohne dass welche gelandet sind. Okay. Gut zu wissen. Dann haben wir jetzt eine formidable Kraft gegen uns. Formidabler als mir lieb wäre. Mit einem Mech noch. Okay, die werden ja im Gegensatz zu mir nicht hier einfach durch die Wand schießen, ne? Na los, kommt rein. Traut euch. Na los, wo bleibt ihr denn? Kommt endlich rein. Taktisches Warten. Also ich werde sicher nicht den ersten Schritt machen. Ihr müsst schon herkommen. Ihr wollt diese Fabrik benutzen, nicht ich. Ich will sie nur verlassen. Und. Upsi. Entschuldigung. Tut mir leid, um eure Kotzion. Das war, glaube ich, nicht ausreichend. Der dürfte erledigt sein. Hostile Target down. Okay, wir schicken Devil Dog hierhin. Und hoffen, dass wir da den Mecht treffen können. Können wir leider nicht. Ähm. Da treffen wir immerhin den mit. Dann stehen wir allerdings hier komplett ohne Deckung da. Das will ich auch nicht unbedingt. Andererseits können wir mit Devil Dog auch wieder ein Stück zurückgehen. Übernahmeprotokoll. Und bitte funktioniere. Ich weiß, Bones macht das nicht so gerne. Okay. Okay. Ah, hätten wir sogar übernehmen können. Gut. Alles in Ordnung. Ähm. Ja, alle anderen können auf Feuerschutz gehen. Daneben. Das ist nicht so gut. Nochmal daneben. Ist auch nicht so gut. Okay. Ein Streitschuss. Immerhin. Und erledigt. Sehr schön. So, und jetzt hilft uns ein Fehlschuss von vorhin, denn jetzt können wir hier durch die Wand ohne Probleme durchschießen. Können wir offenbar doch nicht. Warum können wir das nicht? Ähm. Okay, du gehst bitte hier hin. Und von hier aus können wir auch nicht mehr. Na gut, ich glaube fast, dass da wird im Weg sein. Deswegen entfernen wir es mal. Und hoffen, dass da ein Devil Dog schießen kann. Ich glaube, ich habe gerade der Devil Dog Steck und kaputt gemacht. Toll. Und. So, ohne Rüstung dürfte der ja kein Problem mehr sein, ne? Venom schicken wir, ja, wo schicken wir Venom hin? Erstmal. Okay, wir schicken Venom hier hin. Gut, von hier können wir sogar schießen. Oh, 94% Chance. Das ist doch nett. X-Ray neutralized. Sehr gut. Game Time. Rennt bitte bis hier hin. We'll do. Eightower. Rennt bitte bis hier hin. Copy that. Bin mir fast sicher, dass da noch Leute sind. More Hostiles inbound. Okay, da kommen auf jeden Fall mehr Leute. Und wir kommen hier nicht rechtzeitig weg. Das heißt, wir müssen gegen die auch noch kämpfen. Ach Gott. Ähm. Ja. Du gehst erst einmal hier hin und lädst nach. Hier wäre viel schöner gewesen. Aber da können wir Game Time hinschicken. Nee, es ist Game Time. Bones schicken wir... Hier hin. Venom. Ich denke, wir können hier durchschießen. Okay. Alle auf Position. Es ist auch durchaus möglich, dass über uns noch ein Geschütz lauert. Wir können hier durchschießen. Und... Daneben. Nicht so schön. Gut, wir können hier durchschießen. Nicht genug Schaden gemacht. Okay, Venom. Moment. Venom steht in einer guten Position, um den dazu... Doch nicht. Ähm. Game Time. Wen kannst du denn erledigen? 59%. 33%. Versuchen wir was mit der 59, ne? Bäm. Eins. Rüstung. Bringt doch nichts. Und schon vermisse ich Tod von oben, weil jetzt könnten wir halt gerade einen Nachladen gebrauchen. Und der da ist weg. Flop. Oh, der ist doch nicht weg. Oh, verdammt. Okay, aber er steht ohne Deckung da. Dann ist er mit hoher Wahrscheinlich... Nur 69. Ach Gott. Okay, reicht. Und sogar der Crit. Mal sehen. Können wir mit Devil Dog von hier aus schießen? Nein, können wir nicht. Dann können wir mit Bones von dort aus auch nicht schießen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings können wir von hier aus eventuell schießen. Das Fenster hat ja zwei Seiten. Oh, sogar flankiert. Sehr gut. Ah, nur gestreift. Okay. So, Feuerschutz. Und... Die mögen es nicht flankiert zu sein. Daneben, aber... Die haben das Hoheluzieren aktiviert. Schön. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Au. Au. Okay. Ähm. Und... Bones. Venom. Leg mal bitte nach. Könnte ausreichen. Moment, wir wissen allerdings nicht, ob wir eventuell nochmal gegen Weitere kämpfen müssen. Deswegen... Machen wir das lieber so. Okay, dann läufst du bitte bis hier hin vor. Game Time läuft bis hier. Dann können wir schon mal aufs Dach gucken. Wenn da nämlich ein Geschütz wäre, dann hätte es uns jetzt so wahrscheinlich alarmiert. Dann können wir Hightower mal hier entsenden. Und alle schön langsam nach vorne. Wie gesagt, ich denke eigentlich, dass hier noch irgendwo ein kleiner Trupp rumläuft. Aber ohne Beweise... Na. Werde ich jetzt irgendwo weglaufen müssen. Werden wir dann schon in der Statistik sehen. Ups. Hightower, geh doch bitte nochmal ein Stück zurück. Ich hab Wende vergessen. Ihr bleibt schön alle da hinten und wartet, bis alle da sind. Also ja, hier Feuerschutz, bitte. So, bitte mitnehmen. Ist schon gut, dass ich die Folge beendet habe, statt zu überziehen. Die letzte. Bin unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob mich das verlangsamt. Ich gehe fast davon aus, aber... Wirklich sicher bin ich nicht. Wirklich sicher bin ich nicht. Ja, okay. Dadurch, dass er hier... Ah, trägt eine Einheit. Einem Soldaten, der einen gefangenen Kameraden trägt, sind mit Ausnahme von Fortbewegung keine anderen Aktionen mehr möglich. Okay, Moment mal. Die Latzen mal runterfallen und zwei Felder von dem Baum entfernt. Ja. Ganz ruhig. So. Und... Okay. Man schränkt die eigene Bewegung damit nicht ein. Und es kostet doch eine Aktion. Ich dachte bis eben, dass es keine Aktion kostet. Okay. Oh. Okay. Es kostet die erste Aktion, aber offenbar nicht die zweite. Das ist merkwürdig. Oder nur das Ablegen kostet eine Aktion, aber nicht das Aufheben. Das ist natürlich auch möglich. Und Feuerschutz alle. Look für den Fall der Fälle. Okay. So, dann... Rennt los. Von da oben kommt Licht. Das heißt, schwebt der Sky Ranger die ganze Zeit hier? Nee, ne? Das wäre doch ein bisschen auffällig. Deswegen finde ich es gerade merkwürdig, dass hier keine Leute kommen, die verhindern, dass man flieht. Bei so einer kleinen Geräte-Missionen, ja. Da können sie verhindern, dass man abgeholt wird. Aber nicht bei der Fabrik, bei der eigenen. Die schon irgendwie im Fokus stehen sollte. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich mag den Countdown nicht, aber... Na. Und alle evakuieren. Ich bin hier. Ah. Tschüss. Avenger hier Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Ja. Wunderbar. Exzioner, Rundkommander. Wir haben Adventdorf getroffen, wo es weh tut. Benötigte Runden 46. Nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. 41 Feinde besiegt. 5 verwundete Soldaten. Der 1, glaube ich, jetzt nicht verwundet ist es Game Time. Am häufigsten Angriffen, Hightower, am weitesten bewegt. Auch Hightower, naja, okay, er muss ja jetzt auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Die meisten Angriffe ausgeführt, Venom. Und größter verursachter Schaden, Game Time von seinem Posten oben. Lieutenant. Ist das so über Käpt'n? Ne, ne? Dann ist Hightower unser einziger Käpt'n. Oh. Ja, okay. Ist gut, wenn der Käpt'n, der mit dem höchsten Rang auch derjenige ist, der das Vertrauen der Leute genießt, ne? Weil er Leute umher trägt, die verwundet wurden. Statt derjenige, der einfach nur hinten hockt und sich die Kills greift. Wenn er eine Gelegenheit hat. Bones ist jetzt ein Käpt'n Deckungsfeuer. Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden, nicht nur bei Bewegung. Und Gefahreneinschätzung und Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt ein Deckungsfeuer-Feuerschutzschuss. Aber die Abklingzeit des Hilfsprotokolls ist um eins erhöht. Wenn ein Scharfschützer das Ziel der Gefahreneinschätzung ist, macht er seinen Deckungsfeuerschutz mit der Pistole, nicht mit dem Präzisionsgewehr. Deckungsfeuer-Feuerschutzschuss. Ha. Und Deckungsfeuer. Ja, wir nehmen Deckungsfeuer weiterhin. Und Venom bekommt ebenfalls Deckungsfeuer. Und Game Time wird ebenfalls Käpt'n Abschusszone ist ziemlich gut. Konfrontation, folge mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. Das ist ziemlich gut in Kombination mit einem bestimmten Item, das nämlich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gibt, den Gegner sofort zu töten. Aber ansonsten, drei Beförderungen bei so hohen Leuten ist das nicht schlecht. Wir haben jetzt vier Captains, aber 15 Tage bis unsere Leute wieder in Ordnung sind. Wenn wir die Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Gut, Viola aus Geheimeinrichtung 1, Zielfernrohr 1. In dieser aus einer Advent-Geheimeinrichtung geborgenen Viola steckt das Endergebnis eines aufwendigen und grausigen Alien-Prozesses. Woher wollt ihr denn das wissen? Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie der Prozess funktioniert, vielleicht ist er gar nicht aufwendig und grausig. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Verschlüsselungsmethoden, auf die wir bei ödischen Datenspeichern treffen, scheinen die Aliens eine fortschrittliche Matrix aus mechanischen und biologischen Verschlüsselungsverfahren in Kombination mit zionischen Interferenzen zu verwenden. Die Vorstellung, die komplexesten Pläne der Aliens aufzudecken, ist gleichermaßen faszinierend wie furchteinflößend. Forschung freigeschaltet Alien-Verschlüsselung. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Geborgene Geheimeinrichtungsviole, Avatar-Fortschritt um 1 reduziert. Die Arbeit mit der Infektion der Geheimeinrichtung der Aliens in Ostafrika hat uns dem Verständnis der Warenbegründe der Aliens noch nähergebracht. 125 Vorräte. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Kot irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Wissen Sie, ohne Ihren Fanta wäre ich wohl nicht mehr am Leben. Er hat echte Wunder vollbracht. Ja, die Avenger zu reparieren war ein Wunder. Ich weiß immer noch nicht, wie er ihr System entschlüsselt hat, aber ohne ihn stünden wir noch ganz am Anfang. Er hat sein Leben gegeben, um das Schiff zum Fliegen zu bringen. Auch wenn er es selbst nicht mehr sehen konnte. Wir schulden Ihnen beiden großen Dank. Wir können uns bei Ihnen bedanken, indem wir alle Aliens vernichten, die wir finden. Ein guter Vorschlag. Was kann ich für Sie tun, Commander? Commander, unsere Energie-Systeme arbeiten. Die haben keine freien Kapazitäten mehr. Das heißt, wir ziehen mal ein paar Leute vom... So. Hoppala. Ähm. Da, da, da. Jetzt sehen wir erstmal den Avatar-Fortschritt, der ein bisschen zurückgeht. Yay. Mit der Zerstörung der Geheimeinrichtung haben Sie den Aliens einen schweren Schlag versetzt, Commander. Sehr schön. Aber wir dürfen trotzdem keine Zeit verlieren. So. Äh, ja. Es geht weiter. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal für das Ingenieur-Team rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugesetzt. Ich arbeite doch dran, Mensch. ... bei Bauvorhaben und beim Freiräum helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Okay. Ähm. Kontakt zu Osteuropa herstellen wäre nicht schlecht. Und zu Westafrika auch nicht. Äh. Ha, 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 ha. Hm. Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, Osteuropa. 60 Info. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen. Ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ich arbeite dran. Mensch. Oh, juhu. Ein kleiner Fortschritt beim Avatar-Projekt. Ähm. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt... Ja, auch daran arbeite ich. ... sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ich arbeite hektisch daran. Das heißt, ich muss jetzt wirklich sehr viele Infos aufbringen, um sofort dort drüber zu gehen. Ich dachte eigentlich, wir hätten ein bisschen mehr Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall auch bald die Türmchen. Neue regionale Kontakte gefunden. So, und das nächste ist da. Oh, verdammt. Äh. Ja, das wird knapper, als ich es gerne hätte. Kommunikationszentrale ist erst in fünf Tagen bereit. Gut. Ähm. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch den nächsten Wissenschaftler. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir dürfen uns jetzt hiervon nicht ablenken lassen. Immer weiter auf Kurs bleiben. Ein Maschinen weiter... Äh, freigeräumt. Sehr schön. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Äh, dann können wir zwei Leute ja hier hinschicken. Sehr schön. Und eine Person kann hier mithelfen. So, sehr schön. Und... So, weiter Wissenschaftler sammeln. Wir haben ein Notsignal empfangen, das hier in der Nähe gesendet wird und sofort einen Trupp zur Untersuchung losgeschickt. Sie konnten einige Überlebende finden, von denen einer wissenschaftliches Talent zeigt und sich gerne dem Forschungsteam von XCOM anschließen würde. Doktor Mary McCarthy. Forschungsdauer um 20% reduziert. Das klingt ein bisschen wenig, ne? Äh, da. Informationen können wir gerade sehr gut gebrauchen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vor... Die Aliens sind sicher nicht erfreut, wenn sie herausfinden, dass die Energiewaffen wie ihre haben. Bam. Sehr gut. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall auf die... Um den Zweck des Chips herauszufinden, den wir Ihnen entnommen haben, müssen wir die entsprechende Forschung so schnell wie möglich durchführen. Okay. Forschungsbericht Plasmagewehr. Wir haben bei den ersten Tests der realen Plasmagewehre, die wir im Einsatz bergen konnten, die Testeinheit mehrmals fast auf tragische Weise verloren, als wir simple Feuerabläufe durchführten. Nach einer kompletten Zerlegung und Analyse gehen wir davon aus, dass es bei der Waffe nur einen sehr engen Spielraum zwischen idealer Energieverteilung und totalem Systemausfall gibt. Selbst kleinste Mikrorisse an einer der nur schwach abgeschwimmten Komponenten des Energieverteilungssystems können im Einsatz zu einem dramatischen Stabilitätsverlust führen und die Überlebenschancen des Schützen minimieren. Es sieht ganz so aus, als dass das Wohlergehen der eigenen Truppen bei der Entwicklung der Waffen keine Rollen spielte, da der Fehler zweifellos bei den Tests bemerkt wurde. Auf jeden Fall werde ich bei unseren Entwürfen entsprechende Voränderungen vornehmen, damit es um die Sicherheit unserer Truppenwillen keine solchen Schwachstellen mehr gibt. Warum gibt es diesen totalen Systemausfall eigentlich nie? Wenn der so gefährlich ist, warum sehen wir den dann nie im Einsatz? Bei den Gegnern. Okay, Plasmagewehr und Strahlenpistole sind zur Fertigung verfügbar, neue Forschung verfügbar, Strahlenkanonen, Plasmalance und Sturmkanone. Strahlenpistole. Diese Pistole ist die ultimative zweifache und nutzt die Strahlenwaffentechnologie der AIMs überaus effektiv. Plasmagewehr. Nachdem wir endlich die verheerende Waffentechnologie der AIMs entschlüsselt haben und unsere eigenen Strahlenwaffen entwickeln können, können wir nun Gewehre herstellen, die es mit jedem Feind aufnehmen können, dem unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld begegnen. AIMsverschlüsselung. Widerstandsfunk. Durch den Nachbau der Kommunikationsausrüstung, die wir auf der Adventure entwickelt haben, sollten wir in der Lage sein, Relais am Boden zu errichten, um unsere Reichweite noch weiter zu vergrößern. Die größere Abdeckung wird es uns erleichtern, einige der abgelegenen Regionen fern des Hauptquartiers zu erreichen. Das hat hier zuerst mal oberste Priorität. Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Und weiter. Wahrscheinlich bekommen wir gleich noch... Oh, sehr schön. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Wir sind kurz vorm Weltuntergang und der lobt. Avatar-Vortritt 3, Änder-Einrichtung gebaut 1, düsterere Ereignisse fertiggestellt 1, vereidigte Vergeltungsschläge 1, abgeschlossene Geräteeinsätze 1, abgeschlossene Ratseinsätze 1, kontaktierte Region 1, Widerstandsgerüchte untersucht 1, Avatar-Vortritt reduziert 1, Advent Geheimeinrichtung untersucht 1. Und Hugo Fernandes und Lieutenant Rowan sind als neues Personal verfügbar. XCOM-Jagd und Advent-Kontrollpunkte auf dem Land. Geringere Vorratslieferung und natürlich was Unbekanntes. Das ignorieren wir jetzt ja erst einmal. Woher ignorieren wir das? Ne, wir holen uns das. Ich muss mal kurz nachgucken. Da. Ich vergesse manchmal, wie das UI funktioniert. 5 verwundete Leute. Mal sehen, wie lange noch? Devil Dock 7 Tage. Hightower leider auch. Ach Gott. Die will ich jetzt wirklich nicht missen. Das heißt, die 7 Tage würde ich am liebsten warten. Beutezug. Ja, okay. Mr. Bastards machen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Sitzung. Und hoffen, dass unsere Leute dabei nicht verwundet werden. Wir sollten auch... Moment, bevor ich das in der nächsten Folge vergesse. Wir gehen zur Technikabteilung. Gegenstände herstellen. Oh, verdammt. Das brauchen mehr Illerium-Kristalle, als wir haben. Okay, eventuell mache ich in der nächsten Folge einen Abstecher noch bei Schwarzmarkt. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Stress vor uns. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Lebt wohl. Hinter als Kommentare. Und adios. Nicht nur auf die Leute. Untertitelung des ZDF, 2020